Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube Kanal von WOTR. Heute sind wir zusammen mit Bulkur auf seinem UI unterwegs, das ganze auf der Farte Amst. Vom Gegner-Team wird es sogar fast behaupten, weil sie uns ja etwas besser aufgestellt sind wie Bulkurs Team. Aber schauen wir mal was sie machen können. Ich fahre auf alle Fälle erstmal mit seinem UI in der Stadt, was denke ich auch die bessere Alternative ist. Kommen aber auch ein paar mit. Hier ist 2M. M4A. Mal schauen was sie machen können. So, da kommt doch mal ein V-Core ein bisschen... Ich möchte es wissen. Na, ich möchte es noch mal wissen in der KV-1. Und in der Fugie. Fugie, Fugie. Fugie, Fugie. Fugie, Fugie. Das hat ihn garantiert geschminkt, dem KV-1-S. Fugie, Fugie. So, jetzt ist leider die IS-2 vorne gestorben. Fugie, 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 Fugie. So, das wars auf alle Fälle. Dick Max. Da hat er das Zeitliche gesegnet. Back to the Garage. So, da wars das auch für nen Buggy. So, T34-85 hat's auch nicht gesehen. Aber sagt glaub ich schon der Name. Terrifying tomato. Oder tomato. So, da war's. So, 2500 Schaden schon zusammengefahren. Vierter Kill. Also, läuft recht gut. Dafür stellt sich das restliche Team nicht so gut an. Fünfte Kill. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Der E-25 war aber auch ein Held. Leider vorbeigeschossen. Fünfte Kill. Nicht durch! Die IS hat auf alle Fälle noch die Stockkanone droht, so wie es aussieht. Die Kette verloren! Wir sind bewegungsunfähig! Die Kette wurde getroffen! Sie kann jeden Moment reißen! Wir haben sie! So, und da war es das auch von IS. Ja, da haben sie sogar die Basis erobert und sogar alle Fahrzeuge zerstört. 3.700 Schaden, kann man nicht meckern. Schöner Sieg. So, kommen wir noch mal zu den Gefechtsergebnissen. Das war für unseren Bulgu auf seinem UI auf Ensk Panzerassrunde. Sensenmann, Bombensicher, Duelland, Wirkungsfeuer, Schläger, Stahlwand, Krieger. Und die Großkalibermedaille. 3.700 Schaden gemacht, 0 ermöglicht. 7 Kills. Wirklich schöne Runde, kann man nicht meckern. 99.000 Plus und das Ganze in 7 Minuten und 7 Sekunden. So kann man auch Credits formen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal.